Andrea Marie Vael ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Karriere. Ihren ersten Auftritt im Fernsehen hatte die Schauspielerin 1996 in dem Film At MC Binds 87 TH Precinct, ICE, auch in der Fortsetzung At MC Binds 87 TH Precinct, Heatwave war sie vertreten. Einem großen Publikum wurde sie in der Rolle der Heath-Wackern in der Fernsehserie Eine himmlische Familie bekannt, die sie zwischen 1997 und 2006 in 20 Folgen verkörperte. Vael ist von Geburt an gehörlos und spielt ausschließlich gehörlose Charaktere. Filmografie. 1996. At MC Binds 87 TH Precinct, ICE, 1996. Jerry Maguire Spiel des Lebens. 1997. At MC Binds 87 TH Precinct, Heatwave, 1997. Michael Heyes, 1997 zu 2006. Eine himmlische Familie, 1999. The Sterling Chase, 2006. Date Movie.